Guck mal. Jaaa... Irgendwer von der Gruppe sagte, weißt du von wo der herkommt? Da entstand ein Geräusch und Kerstin sagte dann, ich hab's gehört. So. Ganz da vorne entlässt uns Lothar und das war's dann. Das zweite Treffen Reisen.de, organisiert von Eva Reus, bis zum nächsten Mal. Es sind schon mehrere Städte im Gespräch, aber verraten wird noch nichts. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Bye Bye, Arrivederci, Hasta la vista, Hasta luego, Au revoir, etc. Bis dann, bis dann? Bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann.